hey leute der sozi und ich nehme euch jetzt wieder mit ins expert dungeon 8 map 4 wenn mich nicht alles täuscht ja wohl map 4 und es geht ja nur darum zu gewinnen damit man einfach immer wieder skippen kann so und am besten ist ich starte hier und dann irgendwo besten wäre hier unten weit weg von da oben aber ich werde trotzdem da oben starten so so wie immer zuerst die ornicopter und dann den ganzen rest und aber jetzt haben sie sich aufgeteilt das gefällt mir nicht aber ich hoffe dass ich trotzdem jawohl über 50% das reicht auf alle fälle mehr will man ja nicht so ornicopter dürften auch die restlichen firmen zerstören oder auch nicht oder auch nicht los so wir sehen uns dann im nächsten video bei map nummer 5 so